Liebe YouTube-Freunde, was macht der Bauer Hause heute Nachmittag? Ich muss meinen Pflug neue Spitzen montieren, alles ist durchgelaufen. Mir die Ersatzteile geholt bei der Firma Althaus. Abgelaufen. 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 Roboter welche vitamins geазд discharge Presentation? Abgelaufen automatisch. Abgelaufen. Abgelaufen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, da werde ich morgen da am fliegen. Heute ist zu spät, es ist schon halb fünf Uhr. Und in der Werkstatt ein kleiner Schlachtfeld. Und in der Werkstatt ein kleiner Schlachtfeld. Untertitelung des ZDF, 2020